Ich begrüsse hier auf der Bühne Initiator und Gründer der AZK, Yvonne Sasek. Hallo, die Yvonne, Pult kommt mit. Hallo überall in den Ländern da. Fantastisch, dass ihr hier seid. Was für ein Vorrecht, mit euch zusammen zu sein. Danke, danke, ich schließe mich dem ganzen Dank an, den Frank schon weitergegeben hat. Auch nochmals in aller Öffentlichkeit meinen Vorweg-Dank an alle Referenten, Referentin, alles was heute noch kommt. Danke an all die Kunstbeiträge, an all die Sänger. Na, wenn das ungefähr den Level gezeigt hat, was jetzt eben stattgefunden hat, dann, ich weiß nicht, wie ich da lebend aus dem Raum komme. Das ging schon schön in die Emotion, oder? So richtig rein bei mir. Einfach nur wunderbar, danke für das ganze Orchester. Aber ich denke, es kommen noch einige ganz wunderbare Dinge. Ich vermute, dass wir diesen Tag zu schnell hinter uns haben. Und ich freue mich auf jeden Moment, ich genieße jeden Moment, alles was ihr bringt, alles was noch kommt. Schön mit euch zusammen zu sein. Ich kann bisher nur zusammenfassend sagen, willkommen in der neuen Welt. Willkommen in der neuen Welt. Ja, woran erkennt man die neue Welt? Was signalisiert sie eigentlich? Zum einen, dass sie ohne Geld ist. All das, was ihr hier erlebt, ist unentgeltlich. Wir sagen nicht kostenfrei, aber unentgeltlich. Das ist ein Unterschied, das sind alles Menschen, die ihr Leben dafür einsetzen, dass wir miteinander diesen Tag haben können, so wie eine Familie. Aber wir verstehen uns als mehr als nur eine Familie. Wir verstehen die Menschheit als lebendigen Organismus. Es ist verbindlicher. Wenn ich eine gute Kameradschaft habe, ist eine Sache. Wenn ich eine schöne Familie habe, ist eine andere Sache, eine gesteigerte Sache. Aber ein lebendiger Organismus ist noch ganz in einer anderen Dimension aufeinander angewiesen, miteinander verknüpft. Ich kann immer wieder mit vollstem Herzen sagen, ich kann ohne dich nicht sein. Keiner hier drin ist entbehrlich. Es geht hier nicht nur um die Referenten. Wir brauchen einander wie ein Organismus. Ein Organ, das andere braucht, weil wir Organismus sind. Ich rede hier nicht eine Metapher, sondern ich rede eine Wirklichkeit. Wir sind miteinander verleibt, geistig, seelisch verknüpft. Und das werden wir noch sehen, wie das endet. Es kommt eine wunderbare Zeit auf uns zu, da bin ich überzeugt. Mitten in der schweren Zeit, mitten in der schwersten Zeit, die diese Welt wahrscheinlich je gesehen hat oder noch sehen wird, mitten in dieser Tragödie kommt das Neue hervor, die neue Welt. Und sie ist hier, wisst ihr, wir proklamieren hier nicht etwas, das erst kommt. Ich sage, sie ist hier. Und ich will in dieser Vorrede von diesem heutigen Tag noch ein bisschen darüber reden, was diese neue Welt definiert, was sie eigentlich ausmacht. Natürlich kann ich das nur streifen, das sind nur einige kleine Lichtblicke da hinein, aber sie sind absolut real und wirklich. Die neue Welt zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie schrankenlos ist. Man versucht, die neue Weltordnung, die hier eingeführt wird, in einer Form von Schrankenlosigkeit durchzusetzen und zu präsentieren. Wir sagen, auch die neue Welt hat klare Grenzen. Aber sie verlaufen anders. In der neuen Welt heben sich diese typisch, ich sage es mal von einem Begriff, den wir kennen, Die typisch politisch korrekten Grenzen gibt es in der neuen Welt nicht mehr. Keine politische Korrektnis. Aber dasselbe gilt auch für jede Ideologie. Die neue Welt zeigt sich dadurch, dass keine ideologischen Schranken in der alten Weise mehr da sind. Keine kulturellen Schranken, keine bildungsgemäßen Schranken. Dieses typische Korrekte, das ideologisch Korrekte, möchte ich es fast zusammenfassen, kennen wir in der neuen Welt nicht. Die Wesenheiten, man könnte sagen die Teilhaber oder die Träger der neuen Welt, sie orientieren sich an neuen Gesichtspunkten. Es ist der Gesichtspunkt, dass sie sich mit allem verbinden, was es schafft, das was es sagt oder wirkt zu verbinden oder zu präsentieren in einer Lebensenergie, die uns einfach nur hochperscht. Man kann sie vielleicht ähnlich vergleichen wie mit dem, was wir jetzt gerade bei diesem Musikstück erlebt haben. Das ist nicht ein Profitstück gewesen. Das ist ein Stück des Herzens und es katapultiert mich hoch. Es hat eine Energie drin, ein Leben drin, von dem ich spüre, es ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Also alle Teilnehmer der neuen Welt sind ausgerichtet auf Menschen, die eine Art lebensstrotzende Energie auf sich tragen und diese hochführende Energie des Lebens, ich nenne sie Leben pur, dass das in uns zu schwingen und zu klingen beginnt. Und ich sage es nochmal, frei von jeder gehabten Grenze, frei von jeder gehabten, traditionellen, korrekten Grenze, über alles weg. Ich kenne Menschen aus allen Hintergründen, aus allen Religionen und Ideologien, aus allen politischen Hintergründen oder kulturellen oder Bildungswissenschaften, nenne ich, was du willst. Aus all diesen Hintergründen kenne ich Menschen, die dieses Leben auf sich haben, dieses Leben der neuen Welt, dieses Strotzende, das mich zum Schwingen und Klingen bringt. Und auch wenn sie ganz anders denken in ihrer Struktur, ich darf das immer wieder frei bekennen, ich bin ein Christ, und du bist vielleicht ganz was anderes, du kommst von einer ganz anderen Ecke, das interessiert mich so nicht, woher du kommst. Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Du bist eine Schöpfung, ich bin eine Schöpfung. Wir kommen von derselben Werkstatt, wisst ihr. Und das ist das Besondere. Diese Werkstatt hat einen Plan. Jeder Schmetterling, wenn er im Ei drin ist, hast du eine Flüssigkeit. Du siehst nichts von seiner Herrlichkeit, was da alles hervorkommt, mit seiner ganzen Gestalt. Und wir Menschen haben genauso als Menschheit, als Menschheitsorganismus, so einen Werdeprozess, wie ein Ei, das am Anfang eine undefinierbare Flüssigkeit ist, aus dem sich heraus gestaltet, was werden soll. Das Bild des Menschen ist schon da, bevor es ihn gibt. Jeder Same des Menschen beweist, dass im Samen drin ist der ganze Mensch. Und die Menschheit hat auch ein Endstadium, ein Endbild. Und das feiern wir in der neuen Welt. Das bricht hoch. Das ist eine Entwicklung, die können wir nicht als Religiöse hinkriegen oder als Idealisten oder als Politiker oder Wirtschaftsmanager. Das ist ein Ding der Natur. Und jetzt ist eine Zeit angebrochen der neuen Welt, wo sich das Kristallin aneinander fügt, wo es als Gestalt gewinnt, wo wir werden, was wir sein sollen letztendlich. Aber wir können nur darüber reden, was diese neue Welt ausmacht, woran wir sie erkennen. Und wir hüten uns davon, diese neue Welt machen zu wollen. Die wird gemacht, die entsteht. So wie der Sonnenaufgang, den machst du ja auch nicht, den mache ich nicht. Dann wird einfach, die ganze Natur wird. Das ist eine ontische Kraft, die alles umgibt, alles hervorbringt, die es gewohnt ist, Leben zu zeugen, als einem scheinbaren Nichts aus Samen. Jeder erdenklichen Art ist diese ontische Kraft gewohnt, das in eine Vollgestalt zu bringen. Aber man muss dieses Leben doch kennen und unterscheiden lernen. Es gibt klare Grenzen. Und so wie wir, ich vergleiche es mal mit diesem Bild, so wie wir als Menschen angewiesen sind, Luft zu haben, um zu atmen. Und wir grenzen uns sofort ab, wenn wir spüren, da hört die Luft auf. So trennen wir uns, gibt es eine harte Konsequenz, eine kompromisslose Trennung, wenn irgendwo etwas daherkommt, das nicht diesen Geruch, diese Qualität des Lebens auf sich hat, so wie wir Qualität der Luft wollen, wenn wir atmen. Und jeder von uns, wir müssen ja nicht Physiker sein oder was soll ich sagen, irgendwelche Wissenschaftler oder Chemiker, um zu wissen, was gute und schlechte Luft ist. Das wissen wir einfach. So können wir auch in geistiger, in ideologischer Hinsicht, können wir durchaus wahrnehmen, was eine gute Luft ist. Und jetzt im Vergleich zu bleiben, was gute Luft ist, die wir gerne atmen, lebensnotwendige Luft und was spiritueller Gestank ist. Ich nenne es mal gleich so. Wenn wir Ideologien verbreiten, wenn wir Dinge ansprechen, hat alles, was wir sagen oder tun, entweder einen Geruch auf sich, der frischer Luft gleicht, das uns hochhebt, das uns freilöst, das uns beschwingt, in Schwingung bringt oder es hat so einen Gestank drin, der sich trennen lässt. Und das spielt keine Rolle, ob das ein politisches Gerede ist, ein ideologisches, ein religiöses, ein wissenschaftliches. Bei allem ist es dasselbe. Die Teilhaber der neuen Welt erkennen sich, ich sage mal, wie an diesem göttlichen Geruch, an dieser Qualität, an dieser Schwingung, an diesem Leben, an dieser Qualität, die über allem ist. Es ist eine Lebenskraft, es ist nicht eine Ideologie. Die alten Grenzverläufe gingen dort durch, wo Ideologie, wo Ideen davor nach nicht stimmten. Einer hat gesagt, so läuft es, das ist richtig, das ist falsch. Und man hat sich dem angeschlossen oder sich davon getrennt. Und in der Christenheit kennt man das sehr gut. Das hat sich geäußert, schließlich in 10.000 Denominationen, das heißt Benennungen, wo jede Gruppe genauer wusste, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn es der Form nach, der Theologie, der Theorie nach nicht richtig war, hat man sich gnadenlos gesprengt, irgendwann ging die Grenze durch. Aber das ist die alte Welt. Das hat sich dann aufgeteilt. Und im christlichen Lager kann man dann schon drauf Finger zeigen und sagen, ja, die Christen, oder? Aber ich sage euch, es ist überall dasselbe. In der Politik ist es dasselbe. Nur heißt es dort nicht Denomination, sondern Partei, oder? Es ist dasselbe in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Alles ist immer dasselbe, weil wir alle sind einfach so. Und die Grenzverläufe gingen immer nach richtig und falsch. Nein, unsere Grenzverläufe gehen querfeldein. Ich sage es mal mit diesen Worten, Teilnehmer der neuen Welt sind fähig, durchwegs, ich nenne Bilder, die es für mich eigentlich nicht mehr gibt, aber wir sind durchaus fähig, auch in feindlichsten Lagern zu erkennen, wenn hier Ströme des Lebens ausgehen. Darf ich es mit so einem Vergleich sagen? Wenn wir einen Erzfeind haben, nicht wir sind die Feinde, sondern die Feinde, die uns angreifen, das sind die Mainstream-Medien zum Beispiel. Die greifen mich am allermeisten an. Ich kann noch so meinen eigenen Kurs gehen. Die alte Grenzlinie würde sagen, mit Mainstream hast du nichts zu tun, das ist falsch. So wie der Rechte nichts mit dem Linken zu tun haben möchte. Die neue Welt kann das. Ich kann selbst aus dem feindlichsten Lager, kann ich heraus und will ich heraushören, was es mir zu sagen hat, wo die Korrektur liegt, wo die Ergänzung liegt, seht ihr? Und wenn wir als AZK zusammenkommen, sind wir nicht der Club, wo wir sagen, das ist richtig, das andere ist falsch. Hier kann jeder Referenz, den ich liebe, von dem ich alles erwartet habe, möglicherweise was vom Stapel lassen, was völlig verkehrt ist, was völlig das Leben runterreißt, wie wir in unserem Jargon sagen. Aber es kann auch sein, dass hier jemand sich äußert, der äußerlich für einen total feindlichen Lager kommt, wo du sagen musst, aber dieser Rinnsal, dieser Tropfen, der da rauskam, das war Leben pur. Seht ihr? Und dann geht die Grenze dort durch, dass ich mich auch vom Mainstream belehren lasse. Ich kann es nur immer wieder mit Freude sagen, als ich kürzlich bei meiner Gerichtsversammlung, wo ich freigesprochen wurde, vorher ist mir mein Erzfeind Hugo Stamm direkt gegenüber gestanden. Ich bin von der neuen Welt, ich kann es nicht ändern, ich musste den Mann zuerst mal herzlich umarmen. Glaubt es mir? Damit es ein Leben lang geschadet. Ich habe über 20 Bücher auf dem Markt, ich habe neun große Spielfilme gedreht und alle Dinge, die haben mir alles vernichtet. Ich konnte nicht anders, ich musste den Mann zuerst mal herzlich umarmen, die Hand schütteln und sagen, danke, dass Sie wirklich sich einsetzen für das, was Sie denken, dass es gut sei. Dann sind wir Arm in Arm zuerst mal einen Spaziergang gemacht. Ich kann die Geschichte nicht erläutern. Ich will nur sagen, bei mir ging es nicht anders ab. Die neue Welt ist so. Ich kann diesen Mann lieben, weil die Grenzverläufe anders sind. Er ist mein Todfeind. Aber ich dachte doch, beim Auseinandergehen war das wie etwas anderes. Wie ein anderer Mensch kam es mir vor. Er hat sich ganz freundlich verabschiedet, ist weggegangen. Ich hätte gewünscht, er bleibt noch ein bisschen. Was er jetzt daraus macht, ist seine Sache. Ich sage nur, wie die neue Welt tickt, wie sie funktioniert. Auch wenn dieser Mann oder wer auch immer etwas sagt, was richtig ist, das heisst richtig, was mit dieser Lebenskraft, mit dieser Lebensenergie gedeckt ist, dann nehme ich das bedenkenlos an. Es gibt keine alten Schranken mehr. Das ist die neue Welt. Versteht ihr? Als wir diese Dinge entdeckten, waren wir zuerst wie erschüttert. Ja, wo liegt dann noch die Sicherheit? Man muss sich doch schützen auch irgendwie vor Falschem. Ja, das ist der Schutz. Wo Leben drauf ist, pulsierendes Leben, dann gehen wir mit. Wo es nicht drauf ist, gehen wir nicht mit. Das ist es. Egal woher. Also der Schock ging vorbei. Es kam zum Staunen in einer nächsten Phase. Und dann sogar, wie soll ich sagen, zur Begeisterung. Jedenfalls haben sich die Ketten alter Denkmuster von uns gelöst. Fortan zählt nur noch dieses eine hochführende Element in allem. In jedem Wort kann man sagen, ist das zu finden, dieses pulsierende Lebenselement, das die neue Welt ausmacht. Es legt sich über jedes wohlgefällige Wort, über jede gute Idee, die gemeinschaftstauglich ist. Ich gehe mir davon aus, das, was uns mit Leben quittiert wird, mit Lebenskraft quittiert wird, ist für das Gesamte nützlich. Es zieht das Gesamte nicht irgendwo raus oder runter und macht es kaputt. Wir suchen dieses Element in jeder Begegnung. Selbst heute in jeder Geste, in jeder Bemerkung drinnen finden wir, ist dieses sprudelnde Lebenselement, diese Kraft, diese Schwingung zu finden oder nicht. Und das ist das Wunderbare. Mit dem leben wir und mit dem möchten wir auch, sagen wir, unser Leben vollenden. Also die neue Welt nimmt alles an, was der sichtbaren und der geistlichen Realität entspricht. Aber sie verwirft auch ganz konsequent alles, was nicht realitätsgedeckt ist, was nicht, um es mit diesen Worten zu sagen, was nicht von dem Zauber, von dem Zauber, dem Duft dieser neuen Welt gedeckt ist. Ich rate euch daher an, wenn ihr heute an dieser AZK teilnehmt wieder, sucht diesen Duft des Lebens, diese geistige, gute Atemluft in allem, was wir hier reden. Angefangen bei mir hier, der hier redet. Und dann bei den Referenten geht nicht davon aus, wenn ihr einen Namen hört, oh, das ist doch der oder es ist doch die oder was weiß ich. Sucht nur dieses eine Kriterium und dann werden wir zusammen in der neuen Welt gedeihen und wachsen. Ich möchte jetzt im zweiten Teil meiner Vorrede, das war jetzt der erste kurze Teil, Ich möchte doch an dieser Stelle, bevor wir starten, noch einen zweiten Aufruf an die Restjustiz machen. Das heißt, was ich jetzt sage, ich richte meine Worte jetzt wieder, einerseits in die Kamera, andererseits zu der Restjustiz, wie ich sie nenne. Das heißt, an all jene Menschen in unserer Mitte, die den Beruf gewählt haben, fürs Recht zu schauen. Das mögen Staatsanwälte sein, mögen Richter sein, was auch immer. Ich habe meinen ersten Aufruf bei der 14. AZK gemacht an sie. Das war am 25. November 2017. Und ich habe unter dem Titel Restjustiz statt Revolte, habe ich die Justiz dazu aufgerufen, sich zu bewegen, in Bewegung zu kommen und sich diesen Dingen anzunehmen, die wir nicht nur als AZK, sondern auch als Klartv oder S&G und so weiter aufdecken. Weil es handelt sich doch um menschengefährdende, menschheitsgefährdende, schwerstkriminelle Dinge, die wir immer wieder ans Licht bringen, und zwar gut fundiert belegt. Und wir erwarten, dass diese Menschen, die sich fürs Recht einschwören ließen, diese Berufe gewählt haben, dass ihr jetzt auch die Konsequenzen zieht und das ahndet und dem hinterherjagt, was wirklich Gefahr ist, was wirklich bedrohlich ist hier unten und eure Zeit nicht weiter verschwendet, indem ihr die kleinen Füchse jagt, die kleinen Menschlein hinterhergeht. Da wird alles und jedes gestraft. Ich möchte dazu ein paar Beispiele sagen. Aber bevor ich das kann, mache ich darauf aufmerksam, dass seit meinem ersten Aufruf an die Restjustiz an der 14. AZK, seither haben wir als Klartv 3135 Sendungen neue gemacht. Und warum erwähne ich das? Ich erwähne es, weil die Justiz keine einzige Reaktion gezeigt hat. Wir wissen von nicht einem einzigen Fall, den die Justiz nun ahndet, obgleich das belegte Sendungen sind, die Schwerstverbrechen an jeder Ecke aufdecken. Es bewegt sich nichts, es regt sich gar nichts. Der Unterschied, ich bin mal vor ein paar Jahren in einem österreichischen Dorf, wollte ich einquartieren, um meine Arbeit zu schreiben, konnte meine Unterkunft nicht finden, fahre zweimal durch den Dorfkern und frage Passan oder Kinder, die gerade vorüberkommen, wisst ihr, wo diese Straße ist? Es ging keine zehn Minuten um, war die Polizei neben mir, hat gesagt, stopp, halten Sie an, zeigen Sie Ihre Ausweise, was machen Sie hier, was suchen Sie hier? Dann sage ich, wie kommt es? Ja, es wurde gemeldet, dass da was Verdächtiges läuft. Weil ich als Schweizer zehn Kilometer neben meinem Haus nicht gerade eine Straße finde, steht die Polizei hier. Und hier reden wir gerade von nur jetzt seit 2017 über 3000 Sendungen, die schwerst kriminelle Dinge aufdecken, wo nichts geschieht, die Justiz, nichts regt sich. Und zwar nicht nur die Justiz regt sich nicht, auch die Medien regeln sich nicht, Politik, ganz zu schweigen, läuft überhaupt nicht, trotz Aufklärung. Und dann noch eins obendrauf, trotz persönlichen Briefen. Vor etwa zwei Monaten hat die Sendung, Radio Espresso-Sendung, bei uns verkündet, das ist so eine Aufklärungssendung, verkündet sie, es gibt keine Studien, die beweisen, dass Mobilfunk schädlich ist, zum Beispiel. Und Sie wissen doch von uns, dass wir in Dutzenden von Sendungen nachgewiesen haben, dass es ein Quatsch ist. Das habe ich in einem persönlichen Brief geschrieben, auch im Namen von Kla.TV, gesagt, ihr habt gesagt, es gibt keine Beweise, dass Mobilfunk schädlich ist. Hier habe ich Ihnen die Quellen von 34.861 Studien, die beweisen, dass Mobilfunk schädlich ist. Mit Quellenangabe, dass Sie nicht mehr darum herumkommen, es kam heute noch nach zwei Monaten keine Antwort. Seht ihr, darum braucht es die AZK. Es ist wichtig, dass ihr das wisst. Ich habe Ihnen überdies Quellen beigefügt von einem guten Dutzend verschwiegener internationalen Ärzteappelle mit Zehntausenden von Unterschriften, die belegen, Mobilfunk ist tödlich, keine Reaktion darauf, keine Ahnung, nichts, aber ich brauche nur durchs Dorf spazieren und schon habe ich die Polizei im Hals. Das Fazit dieser Studien, die ich Ihnen geschickt habe, samt Quellenangabe, diese tausenden Studien belegen, auf den Punkt gebracht, dass es mit der Mobilfunk-Tragik um Völkermord geht, dass es der größte Feldversuch aller Zeiten ist mit der Menschheit, das größte Verbrechen aller Zeiten. Und ich sage, wo bleibt denn hier die Kripo? Vor drei Tagen starb ein Kindlein nach einem Tag hier von unseren Mitarbeitern. Nach einem Tag war es plötzlich tot im Bett. Es geht keine Stunde vorbei, es ist die Kripo im Haus. Und will alles genau wissen, nimmt dieses Kind mit. Ich rede zu euch, Justiz, die ihr mit zweierlei Maß messt. Ich sage, wo seid ihr bei diesen Völkermorden? Warum kommt hier keiner aufs Tapet? Nach tausenden Sendungen, ja. Wir haben als Kla.TV seit der Gründung 2012 bis dato 11.395 aufdeckende Sendungen gemacht. Warum reagiert ihr hier nicht? Ich frage euch das. Wichtig ist mir das zu fragen, weil, überlegt mal, muss man denn nicht Institutionen, die solche Volksschädigungen, die wir aufdecken, als Kla.TV oder AZK, die solche Volksschädigungen nicht angehen und schachmatt setzen, muss man denn nicht solche Institutionen schachmatt setzen, angehen und schachmatt setzen. Versteht ihr? Und das ist völlig einerlei, ob das eine politische Institution ist, eine Jurisdiktion oder Medien oder nimm, was du willst, Bildung, Mobilfunk, Medizin. Jede Institution, die von Massenmord hört und diesen großen Tragödien und nichts tut, ist einfach nichts wert. Das müssen wir einfach so attestieren. Auch hier möchte ich einen Vergleich bringen. Ein einziges kleines Telefon genügt, auch jetzt kürzlich wieder geschehen, eine Familie unserer Mitarbeiter, eine so wunderbare Familie, dass man sie kaum beschreiben kann, so wunderbar ist die, oder? Da genügt ein kleiner Anruf, irgendeines anonymen Anrufers, der sagt, die prügeln ihre Kinder. Es vergeht kein Tag, kommt ein Überfallkommando, reißt ihnen die Kinder weg. Und dieses Szenario kennt ihr in Deutschland, das haben wir oft erwähnt, derweil mindestens 70.000 Mal jährlich in Obhutnahme von Kinder, Kinderraub. Ein kurzes Telefon eines anonymen Anrufers genügt und dann kommt das Überfallkommando. Wir produzieren 11.395 Sendungen, kein Bein regt sich. Mit Belegen, nicht ein anonymer Anruf, oder? Eine Verdächtigung, eine Verleumdung über wunderbare Menschen. Um die Sache zu sagen, unser Mitarbeiter hat sich hier tapfer hingestellt, der hat die Faust auf den Tisch geschlagen, gesagt, so nicht, er ist hinter der Kripo her und hat so lange ihnen ins Gewissen geredet, bis er das Kind wieder mit nach Hause nehmen konnte. Lasst euch die Kinder nicht stehlen! Ich kann über all dem bisher genannten nur sagen, entweder machen wir alles falsch, wirklich alles falsch und sind daher als unnütz zu bezeichnen, oder aber diese erwähnten Schutzorganisationen müssen als unnütz erkannt werden und von uns als unnütz bezeichnet werden. Entweder wir oder sie. Aber es kann nicht sein, dass es so weiterläuft wie bisher. Es ist einfach unmöglich, oder? Dasselbe gilt hinsichtlich Impfscherben. Wir werden heute über diese Dinge hören. Ich möchte auch nichts vorwegnehmen. Es ist gut, wenn wir das hundertmal am Tag hören, bis es uns so tief drin ist, dass wir endlich zur Tat übergehen und sagen, wir müssen die Aufklärung dramatisieren, dass der Hinterste und Letzte auf dieser Welt weiss, um was es geht, was Wirklichkeit, was Lüge ist. Auch mit der Impfscherben, Impfzwang, der jetzt da in Deutschland durchgewunken wurde, ist es dasselbe. In den USA, es wird auch behauptet, Impfung ist nicht schädlich. Dabei gibt es auch hier Tausende von Studien, wenn man ein bisschen recherchiert, Tausende von Studien belegen, das für eine Impfproblematik, das wir haben, oder? Kürzlich, obwohl man behauptet, es gibt keine Belege, kürzlich hat so ein impfgeschädtes Kind von einem amerikanischen Ehepaar, hat das Ehepaar eine Umfrage gemacht, hat noch jemand sowas erlebt, also nach einer MMR-Impfung ist das Kind kaputt, oder? Autistisch nicht mehr zu gebrauchen für den Rest des Lebens. In der Kürzesteit 250.000 Anmeldungen, die sagen, ein und dasselbe ist uns nach MMR, also Masern, Mumps, Röteln, Impfung, passiert. Also 250.000 Krüppel, wenn du so willst, kein Bein regt sich. Es wird behauptet, es gibt keine Studien. Seht ihr, das muss sich ändern. Darum gibt es die AZK. Darum müssen wir diese Dinge rauswerfen. Und natürlich kommt immer wieder die Frage, warum sagen die Medien nichts? Wissen sie denn nichts? Natürlich wissen sie es. Von mir eigenhändig zugeliefert, tausende von Quellen, wie gesagt, diese Zahlen, oder? Aber wir schauen hier hinten mal ein paar Dinge auf, die könnt ihr dann, wenn ihr es zu Hause dann anschaut, könnt ihr es stoppen, könnt euch die Adressen hier, diese Links raussuchen. Also da habt ihr Belege von tausend, tausende von Belegen, wie tödlich, dass die Impfungen sind, dass es tatsächlich mehr um Völkermord geht in dieser Geschichte, als um irgendetwas anderes. Und darum rufe ich die Schutzbehörden auf, ich rufe die Justiz auf, wo immer ihr seid, was immer ihr tut, benutzt jetzt eure Kraft und eure Zeit, um die bewiesenen, hier mit diesen Links, bewiesenen Verbrechen anzugehen, sie offenkundig zu machen. Beginnen bei einem Louis Pasteur, diesem Impfschwindler, den wir auf tausend zurückbelegt haben, das ist ein Riesenschwindel, nicht wir, sondern wirklich echte, unabhängige, ungefilzte Wissenschaftler. Die Medien reden nichts darüber, weil sie von der Pharma geschmiert sind, wisst ihr, das ist der Punkt, warum die Medien nicht darüber berichten, weil sie von der Pharma, von ihnen abhängig sind, geschmiert, bestochen werden. Aber wir reden hier nicht von lapidaren Dingen, wir reden davon, dass hier Volkszerstörung, Volksplünderungen stattfinden, in einer nie gekannter Weise. Nehmen wir nur mal das Gesundheitssystem. In der Schweiz kostete die Krankenkasse vor 100 Jahren 2 bis 6 Franken pro Monat. Heute, und damals waren wir noch gesund, weitgehend, 2 bis 6 Franken monatlich. Heute, 100 Jahre später, bezahlen wir 446 Franken pro Monat im Schnitt. Also eine bescheidene Krankenkassenerhöhung von 11.050%. Aber die Leute sind so krank wie nie zuvor. Wann begreifen wir, dass das nicht so weitergehen kann? Das eskaliert ins Maßlose, das eskaliert im Untergang dieser Zivilisation, wenn wir hier nicht etwas unternehmen. Und darum mache ich den Behörden über diesen Wegen Vorschlag und fordere euch dazu auf, auch Politiker, könnt ihr euch alle in die Reihe stellen, die irgendwo Verantwortung tragen für diese Menschheit und sie in unseren Augen mehr missbraucht als etwas anderes. Ich sage euch Politiker, mache ich jetzt mal einen Vorschlag und der mag jetzt in unseren Augen zuerst einmal ein bisschen ulkig klingen. Aber ich sage einfach, verbietet diese unwirtschaftlichen Systeme, verbietet endlich diese unwirtschaftlichen Todessysteme, die wir hier nennen und die wir überall immer wieder aufdecken. Und hier höre ich natürlich schon die Einwände, das können wir doch gar nicht, wir sind eine Demokratie, oder? Das kann man nicht so leicht lösen. Und ich will einfach an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass unsere Behörden, wie immer sie heißen, ich sage es mal direkt, ihr bringt es alleweil zustande, da haben wir jetzt den Beweis über viele Jahrzehnte, ihr bringt es allezeit zustande, völlig am Volk vorbei, aber völlig am Volk vorbei, jedes Gesetz, jedes neue Gesetz durchzudrücken, durchzuwinken, dass kein Mensch hier will. Also winkt das andere jetzt mal durch, ohne uns, ohne uns. Ja? Ihr könnt Millionen von Ausländern grenzenlos mit unseren Ländern damit überschwemmen, hat kein Mensch gewollt, völlig undemokratisch. Ihr bringt den ganzen Gender-Wahnsinn rein, völlig ohne uns, die ganze Frühsexualisierung, ihr bringt den Impfzwang durch, wie in diesen Tagen, kein Mensch will das, oder? Wer will einen Impfzwang? Kein Mensch will das, außer die Farben, oder? Ihr bringt die 5G-Problematik durch, an allem Volk vorbei, ihr macht alles ohne das Volk, also schreit jetzt nicht und jammert nicht, wenn wir sagen, jetzt geht diese Verbrechen an, die wir hier aufdecken, wo ihr Quellen dafür habt, beweiset auf Tausenden zurück, geht diese Dinge an, diese braucht uns nicht dazu, die Demokratie kann hier noch ein bisschen warten, oder? Oder sie erträgt das, weil sie erträgt das andere auch, also wird sie das Richtige auch ertragen, ja? Ja. Seht ihr, wir reden hier von dem wirklichen Volksverderben, von der wirklichen Misswirtschaft, dass man hier Gesetze auf den Weg bringt, wir reden nicht von irgendwelchen Dingen, eben das, was wir halt die ganze Zeit hier erwähnen, ja? Und dann höre ich schon jammern, ja, das geht doch nicht, oder? Das eben, aus welchen Gründen auch immer, aber ich gehe noch weiter, ich sage, geht auch Gesetze an, bringt auch Gesetze durch, ohne uns als Volk, wenn es sein muss, wo jede Parteispende, jede Parteispende durch Großkonzerne verbietet, ja? Ich sage das einfach mal ganz ungeschützt, um diese Gedanken mal reinzutragen, das ist Sache der Justiz, Sache der Behörden, die ohne uns alles andere auch durchwinken können, macht ein Parteispendeverbot für Großkonzerne, erlaubt es nicht mehr auf diese Weise bestechliche Politiker zu haben, macht Schluss mit der Erlaubnis von diesen tausend Verwaltungsratssitzen, die überall existieren, weil überall sitzen die Politiker in irgendwelchen Gremien drin, wo sie Kohle machen, mit Umweltdingen, da können wir eine Stunde lang darüber reden, ich sage einfach, macht Schluss damit, macht Gesetze, so wie ihr Ehegesetze macht, dass das mal aufhört, dass wir wirklich wieder wirtschaftlich werden, weil es das Unwirtschaftlichste, was es überhaupt gibt. Und hier höre ich jetzt schreien, Hier höre ich alle diese Leute schreien, ja, was denkst du? Dann kracht die ganze Wirtschaft zusammen, wir brauchen doch das Geld, ja? Weil das durchgewunken wird, es wird nur durchgewunken, weil man sich sagt, sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Die Wirtschaft bricht überhaupt nicht zusammen, wenn wir das nicht wollen. Seht ihr, warum nicht? Ich beweise euch das seit 40 Jahren, ich wohne hier im teuersten Land der Erde, oder? Ich mache als Schweizer hier von der Schweiz aus unentgeltlich, klar TV unentgeltlich, AZK unentgeltlich, alle Bücher, alle Filme, alles was du willst, unentgeltlich. Und wir leben, oder? Oder sehe ich ausgemagert aus? Es sind Tausende von Leuten, die hier mitmachen. Wenn wir nur einmal beginnen damit, wenn wir nur beginnen damit, wir müssen diese Medien beenden, die nur den Kriegstreibern dienen, die nur dazu da sind, Volkszerstörung voranzutreiben. Und wir hirten sie mit Milliardenbeiträgen jedes Jahr. Dumm genug, dass diese Finanzierung nicht abgeschnitten wurde, als das Volk sie eigentlich gefordert hat. Aber ich sage, wir beweisen auch mit klar TV, wir haben doch immerhin jetzt 170 Studios, wir produzieren in 42 Sprachen und es sind Tausende von Leuten, die beweisen, man kann tagsüber arbeiten, sein eigenes Brot verdienen und mit seinem eigenen Geld ein Studio betreiben in der Freizeit. Und das reicht alleweil aus, wenn alle das so machen und wir machen das seit Jahren und Jahrzehnten so, ich selber lebe seit 40 Jahren so, dass alles, was ich erarbeite, ich gleich ins Gesamte reinschmeiße. Das ist mein Lebensstil. Und wenn das alle machen, haben wir so einen dramatischen Überfluss. Es braucht gar nichts mehr anderes. Man muss gar nicht überlegen. Man kann diese Medien abschaffen oder die sollen, wie wir, auch tagsüber arbeiten, ihre eigenen Studios finanzieren. Ihr müsst da dranbleiben, dass das aufhört. Gut, ich möchte auch diese Justiz und alle dazu auffordern, auch den ganzen Presseratbetrug und all diese Dinge ans Licht zu bringen, zu zeigen, dass das lauter Tricks und Verbandelungen sind, dass diese Medien, die Kriegstreibern dienen, dass sie ihre eigene Absicherung haben, dass man nie an sie rankommt, auf keinem Weg. Da mache ich keine Ausführungen. Ich muss jetzt in die Landung eingehen, damit der Tag für die Übrigen eröffnet ist. Ich möchte einfach zu Maris sagen, es gilt alles als rechtswidrig, als unnütz zu erklären, was die Menschheit in dieser Art ausbeutet und schändet, schädigt, ausplündert und krank und tot macht, so wie wir es heute wieder den ganzen Tag über hören. Es gilt zu fordern, dass diese Systeme aufgelöst werden durch eine bessere, neue Welt und von der philosophieren wir nichts. Die sind wir, die sind wir, die ist hier, hier in diesem Raum und überall da draußen in der Welt wartet sie darauf, gesehen zu werden.